Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute mal ein bisschen ein nachdenklicheres Video. Hat auch nicht direkt was mit Finanzen zu tun, sondern nur indirekt. Ich möchte einfach mal auf die Eskalation auf der ganzen Welt ein bisschen eingehen. Wir sehen immer mehr Konflikte und vor allem natürlich das Ganze mit Russland, Ukraine eskaliert immer mehr. Aber auch im Nahen Osten wird der Brandherd immer größer. Und ich stelle mir natürlich schon die Frage, wenn man ja ganz blind durch die Welt geht, stehen wir wirklich schon wieder vor einem Weltkrieg. Das wäre so bitter und die Anzeichen mehren sich aber. Gerade die Eskalationsstufen, die neulich gezündet wurden mit Russland, das ist schon sehr bedenklich. Ich möchte euch deswegen diesmal zu einem etwas bedenklicheren Video mitnehmen. Und nichtsdestotrotz möchte ich auch positiv am Ende in die Zukunft blicken. Und auch das werde ich euch dann nochmal zeigen. Zunächst aber auch hier wie immer der Risikohinweis. Alles was ich hier wieder aufzeige und kundtun ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch schon im Browser rein. Ich versuche jetzt einfach mal den ganzen Werdegang der Eskalation ein bisschen nachzuskizzieren in den letzten Tagen. Und jetzt ist es wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Das sind nicht Wochen oder Monate, die jetzt vergangen sind, sondern wirklich nur Tage. Und im Nahen Osten geht es halt auch turbulent weiter. Ich denke, da werde ich auch nicht viel dazu erzählen. Fakt ist einfach, da drüben eskaliert das Ganze auch immer mehr, erst recht, als dann Biden oder Trump. Ja, als Trump dann seine Zusage gegeben hat, dass er Israel auf jeden Fall unterstützen wird, geht es natürlich in die nächste Runde. Und da könnte man natürlich dann eine Kurier mit dazu nehmen und, und, und. Es gibt gerade da unten so viele Herde. Und man muss mal gucken, wie das alles ausgeht am Ende. Ich bin sehr gespannt und das wollte ich bloß mal angratzen, dass wir den Herd auch noch haben. Und wir bekommen da in Deutschland eigentlich relativ wenig davon mit, was da wirklich los ist. Ich habe ja durch Bekannten immer wieder mal ein bisschen Bezug zu der Ecke da unten und bekomme da Infos aus erster Hand, wenn man so will. Und es ist schon auch bedenklich, was da gerade alles los ist. Schauen wir mal ein näheres Thema an, wenn man so will, denn das ist direkt bei uns in Europa hier, nehme ich nochmal die Ukraine-Geschichte. Vorletzte oder vorverletzte Stand war eben, China soll angeblich Drohnen an Russland liefern, die eben Russland dann im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Und China hat das lange eben abgestritten, beziehungsweise sie machen das ja immer noch. Und jetzt droht natürlich der Westen damit, dass, wenn das stimmen sollte, dass es eben Sanktionen gegen China geben soll. Ich muss natürlich da schon die Frage stellen, ja, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Deutschland, wo wir Waffen liefern und China die Waffen liefern? Klar, das eine ist ein Angriffskrieg, ja, der eine und der andere Seite ist halt die Verteidigungsgeschichte, beziehungsweise der Verteidigungskrieg. Und wenn man so will, liefern wir ja bloß Waffen zur Verteidigung, könnte man so argumentieren. Was aber seit Neuestem auch nicht mehr stimmt, da komme ich jetzt dann gleich dazu. Aber für mich sind Waffen Waffen und Deutschland ist ja einer der größten Waffenexporteure eben weltweit. Und wenn man überlegt, wie viele Menschen da schon durch deutsche Waffen gestorben sind, nur in den letzten 40, 50 Jahren, wo wir eben Waffen exportiert haben. Und auch hier sterben wieder unzählige Menschen, ja, wo vielleicht eben vermeidbar wäre, dass sie eben sterben. Eben, wenn die Waffen schon längst ausgegangen wären, ja, dann wäre es wahrscheinlich schon längst mit dem Krieg zu Ende. Man kann dann auch nicht sagen, wie es dann ausgegangen wäre, warum. Naja, dann wäre vielleicht die ganze Ukraine besetzt. Das weiß man eben nicht sicher. Und deswegen erlaube ich mir da kein Urteil. Aber man muss natürlich trotzdem die Frage stellen und die muss auch erlaubt sein. Wo ist der Unterschied, wenn es eine Landwaffen liefert, dann ist es okay. Und vor allem, es wird behauptet, dass wir eben keine Kriegspartei sind. Und China schiebt man jetzt eigentlich so in die Ecke. Naja, China ist jetzt Kriegspartei dadurch geworden. Und ja, gehört sich eben deswegen auch sanktioniert. Da müsste man das mit uns auch machen. Denn wir liefern auch Waffen im Umkehrschluss. Und somit wären wir dann auch Kriegspartei, was aber bisher immer verneint wurde von der Bundesregierung. Deswegen muss man hier schon sagen, da wird ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Wie gesagt, auch wenn man zugutehalten muss, das eine dient zur Verteidigung. Und das andere wäre in dem Fall eher zum Angriff. Und da ist, denke ich, doch nochmal ein kleiner Unterschied. Aber lassen wir uns da jetzt nicht zu weit hineinziehen und das Ganze zu emotional diskutieren. Sondern schauen wir einfach mal auf die nächsten Fakten. Nämlich, die USA gewähren nämlich mittlerweile der Ukraine, dass sie umstrittene Schützenminen benutzen dürfen. Ja, das ist neulich bekannt geworden. Man sagt, okay, eigentlich will man das gar nicht haben. Aber in dem Fall genehmigen wir das jetzt einfach. Und das Ganze geht dann eben noch eine Eskalationsstufe weiter. Biden erlaubt offenbar Angriffe tief in Russland. Bisher war es ja so, die Ukraine hat mehr oder weniger aus den USA das Verbot gehabt, Russland eben tief im Land anzugreifen. Sondern die Ukraine hatte nur so okay, dass sie sich eben selbst verteidigen darf. Und jetzt gibt es eben scheinbar so okay aus den USA, dass sie eben Russland angreifen dürfen. Und zwar auch im Land. Also weit im Inland, theoretisch auch Moskau, wenn man so will. Und ja, die Ukraine hat das letztendlich auch gemacht. Die haben angegriffen eben mit Raketen, mit sogenannten AT-ACMS-Raketen. Und naja, und die Russland, die sagen natürlich, wir lassen uns das nicht gefallen. Zur Not werden wir auch Atomwaffen einsetzen. Das eskaliert einfach gerade ganz, ganz extrem. Und es außerdem, Putin hat deswegen dann auch eine verschärfte Atom-Doktrin noch unterzeichnet. Und man droht halt jetzt der NATO immer mehr, dass das Ganze eskaliert und eine neue Stufe erreicht. Und wirklich vielleicht unter Umständen ein Krieg praktisch mit der NATO losgeht. Da gibt es ja auch noch einen weiteren Artikel auf Welt. Und was hat Russland jetzt gemacht? Also Russland hat ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie ignorieren es, dann hätten sie Schwäche gezeigt. Was bedeutet, naja, dann kann der Westen machen, was er will. Das heißt, Russland konnte das nicht zulassen. Also hatte Russland nur die Möglichkeit zurückzuschlagen. Und da blieb dann die Wahl zwischen Atomwaffen und herkömmlichen Waffen. Und Russland hat sich zum Glück eben für normale Waffen entschieden. Sogenannte Interkontinental-Raketen sollen angeblich dann von Russland auf die Ukraine abgefeuert werden. Das behauptet zumindest die Ukraine. Russland gibt dazu kein Statement aktuell ab. Und die US-Regierung spricht nicht von Interkontinental-Raketen. Also die können das nicht bestätigen. Die sagen, das stimmt gar nicht. Sondern Russland hat eigentlich nur konventionell, wenn man so will, ja, geantwortet und, ja, auf den nächtlichen Angriff praktisch von der Ukraine und haben noch nicht die nächste Eskalationsstufe, wenn man so will, gezündet. Also ich finde das so krass, was da gerade gezündet wird, gerade von Seiten, ja, der NATO, dass man da noch mehr Öl ins Feuer hineingehst in einen Krieg, der eigentlich schon längst entschieden ist, wenn man so will. Und trotzdem, ja, versucht man immer eine neue Eskalationsstufe zu zünden, bis Russland wirklich dann an dem Rand steht, wo sie dann wirklich Atomwaffen benutzen. Und man muss eins festhalten, die USA sind bisher die einzige Nation der Welt, die Atomwaffen eingesetzt haben gegen ein Volk, ja. Und das gab es sonst in der Geschichte eben noch nicht. Und das wird richtig spannend, wie es hier eben deswegen weitergeht. Und ich sehe das Ganze wirklich gar nicht gut. Und mir gefällt die Entwicklung im Moment überhaupt nicht, vor allem die Schnelligkeit der Eskalation. Und ich habe euch aber gesagt, am Ende möchte ich euch einen Lichtblick bringen. Auch wenn viele Trump als für nicht den richtigen Präsidenten erachten oder als nicht gut für die Welt, da kann man gespaltener Meinung sein. Ich selbst sehe das Ganze relativ neutral. Ich sehe das einfach mal, was kann er machen? Man muss ihn ja persönlich mögen, aber die Frage ist, was wird er denn machen? Und er hat zumindest angekündigt in seinen Reden vor der Wahl, dass er den Ukraine-Krieg mit Russland innerhalb von 24 Stunden beenden will, wenn er denn endlich an der Macht ist. Und ich würde mich darüber freuen, wenn er das wirklich umsetzt, wenn er das wirklich zustande bekommt. Aber da muss man natürlich sagen, in dem Fall gehören dann drei Parteien dazu. Ich bin gespannt, wie das am Ende ausgehen wird. Und vielleicht drängt deswegen die US-Regierung gerade die aktuelle Amtierende noch so sehr auf die Verschärfung dieses Konflikts, dass es entweder kein Zurück mehr gibt oder dass man eben sein Ziel erreicht, was das auch immer sein mag. Das weiß ich nicht. Ich bin auch gespannt, ob Trump wirklich sein Versprechen einhält und zumindest versucht hier Frieden zu stiften oder ob es hier weiter eskaliert und auch Trump weiter diesen Weg gehen wird. Mal schauen, lassen wir uns überraschen. Ich bin sehr gespannt. Schaut euch einfach mal die Artikel an. Und das ist zumindest ein kleiner Lichtblick, den ich hier habe, dass trotzdem am Ende noch Frieden irgendwie möglich ist. Und man kann nur hoffen, dass bevor Trump eingesetzt wird als Präsident, es nicht zu weiteren Verschärfungen der ganzen Thematik kommt und eben im schlimmsten Fall wirklich zu einem Krieg auch mit uns hier im Westen, das wäre wahrscheinlich der absolute Super-GAU. In dem Sinne hoffen wir fürs Beste, beten wir darum und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.